Hi und herzlich willkommen zu Minimalismus-Vlog Nummer 21. Nach meinen vielen Klamotten-Ausmist-Videos gibt es heute mal wieder ein Video, in dem ich meine Gedanken mit euch teilen möchte. Und generell habe ich mich auch gefragt, welche Art von Minimalismus-Videos ihr viel lieber mögt. Denn bisher habe ich es ja so gemacht, dass ich meine Ausmist-Videos in verschiedene Klamotten-Kategorien unterteilt habe. Und das aus einem einfachen Grund, weil ein einzelnes Kleiderschrank-Klamotten-Ausmist-Video wahrscheinlich auch viel zu lang wäre. Aber eine liebe Zuschauerin von mir kommentierte unter eines meiner letzten Ausmist-Videos, dass das auf Dauer nicht mehr ganz so unterhaltsam ist, was ich natürlich verstehen kann und darauf möchte ich natürlich auch gerne eingehen. Deswegen möchte ich euch noch einmal direkt fragen, ob ich euch bei meiner nächsten Ausmist-Aktion wieder mitnehmen soll oder ihr euch lieber Videos wünscht, in denen ich meine Gedanken wieder mit euch zu jeweiligen Themen teile. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich möchte natürlich sehr, sehr gerne darauf eingehen und dann würde ich auch meine nächsten Videos dann dementsprechend planen. Aber jetzt erst einmal zum heutigen Thema und zwar möchte ich gerne mit euch um den Moment sprechen. Denn wie schon in einigen Videos erwähnt, finde ich, dass die meisten von uns sehr gehetzt sind von Uhren, von Zielen und auch von Terminen. Und wir sind eigentlich ständig rastlos unterwegs, immer begleitet vom Gefühl, etwas zu verpassen. Denn der jetzige Moment ist leider nur noch spürbar als eine minimale Trennung zwischen der für alles verantwortlichen Vergangenheit und der allzu mächtigen Zukunft, die uns komplett einnimmt. Und dadurch haben wir dann so gut wie gar keine Gegenwart, denn unser Bewusstsein ist die ganze Zeit mit irgendwelchen Erinnerungen oder Erwartungen beschäftigt. Und wir begreifen einfach nicht, dass es nie eine andere Erfahrung gab oder geben wird, als die im Hier und Jetzt. Denn eigentlich schreiben wir ja jeden Moment Geschichte, also unsere Geschichte, aber eigentlich nutzen wir diese Möglichkeit selten bis nie. Und so verlieren wir den Kontakt, drastisch gesagt, komplett zur Realität. Denn für die Gegenwart, für das echte pulsierende Leben ist meistens keine Zeit. Die muss dann warten und das nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft. Und das ist sehr, sehr traurig. Und auch ich kann mich da überhaupt nicht rausnehmen, denn ich bin eine totale Meisterin darin, sich Gedanken zu machen zwischen dem, was war und was kommen könnte und springe dann auch immer hin und her. Und dadurch bewege ich mich dann links und rechts an dem Hier und Jetzt vorbei. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir unser Leben sozusagen verpassen. Und zwar deswegen, weil wir ganz oft Momente festhalten wollen, die sich vielleicht gar nicht festhalten lassen. Wir machen nämlich ständig Fotos und erleben wertvolle Momente durch eine Kameralinse sozusagen. Und uns ist dabei fast wichtiger, den Moment in einem Foto aufzuzeichnen, als das Ereignis wirklich zu dem Zeitpunkt des Geschehens zu erleben. Dabei wäre doch ein bewusst erlebter Moment, zum Beispiel im Urlaub oder auf dem Konzert mit Freunden oder beim Spazierengehen durch die Natur, viel, viel schöner, als wenn wir diese Momente für Selfies opfern, um Likes auf Facebook oder Instagram zu erhalten. Und am Ende weiß man gar nicht, wie der Moment tatsächlich war, weil man eben damit beschäftigt war, das perfekte Foto zu schießen. Ich kann mich zum Beispiel noch an eine Situation in Australien erinnern. Da bin ich mit meiner besten Freundin in einen Felsen hochgewandert und als wir oben ankamen, war die Aussicht wirklich wunderschön. Aber anstatt erstmal das Auge so weit blicken zu lassen, wie es nur kann, haben wir die Kamera rausgeholt und haben versucht, ein Foto besser als das andere zu schießen. Zum Glück bemerkten wir aber irgendwann, wie bescheuert das ist und haben dann den Moment genossen. Aber so oft merkt man das nicht und dann knipst und knipst man, bis der Moment vorbei ist, um sich hinterher das Erlebte dann auf dem Foto anzusehen, den man eigentlich gar nicht wirklich erlebt hat. Klar kann man sagen, dass man Momente festhalten will, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Aber ich habe mich so gefragt, vielleicht vergisst man auch ganz oft Momente, weil man sie eben nicht voll ausgekostet hat und nicht zu 100% bewusst dabei war. Und im Studium habe ich mal gelernt, dass ein Foto die wirkliche Realität gar nicht abbilden kann, weil das eben auch nur ein Ausschnitt des Ganzen ist, währenddessen dein Bewusstsein ja schon mitbekommen hat, was da irgendwie gerade passiert oder wie sich der nasse Sand unter deinen Füßen anfühlt oder wie salzig die Luft ist oder wie das Rauschen des Meeres ist oder keine Ahnung, wie die Blumen neben dir riechen. All das gibt ein Foto ja gar nicht wieder. Aber bevor das jetzt zu philosophisch wird und den Rahmen dieses Videos sprenge, höre ich an dieser Stelle auf. Ich wollte lediglich ein paar Gedanken anstoßen, dass wir mehr den Moment genießen und mehr im Hier und Jetzt leben sollten. Und damit meine ich nicht, dass man gar nichts mehr fotografieren sollte, das könnte ich selber gar nicht, sondern viel eher, dass man darauf achten sollte, wann es eigentlich überflüssig ist beziehungsweise wann es zu viel des Guten ist. Vielleicht denkt ihr ja beim nächsten Konzert oder im nächsten schönen Moment an meine Worte und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Lebt den Moment und genießt die Zeit. Bis dahin. Tschüss. Heute möchte ich mal wieder ein Video mit euch. Akku leer. Akku leer. Oh. Oh.